Video von Zimex ist schon krass, soll ich mir das angucken? Statement zu Adresse geleakt, Hate von anderen YouTubern. Wir über dieses Apartment hier reden, denn wie die meisten mitbekommen haben, haben sich manche YouTuber das Recht genommen, einfach unsere Adresse zu leaken. Also wie ihr wisst, wir wohnen seit drei Wochen in Barcelona und haben im ersten Video aus Barcelona gesagt, hey, die Roomtour kommt morgen, hat nicht so geklappt, denn das Umzugsunternehmen kam direkt am nächsten Tag, also an dem Tag, wo wir es für euch abdrehen wollten und haben halt 30 Kartons und was auch immer, alle Sachen einfach in unser Haus geklatscht und dann dachten wir uns, okay, wir müssen erstmal das komplette Haus fertig machen, alles einräumen, alles auspacken, dann können wir die Roomtour erst drehen und für die Leute, die jemals in ihrem Leben schon mal umgezogen sind, wissen, wie hart ein Umzug ist, vor allem in ein anderes Land. Und dann finde ich es halt einfach, ehrlich gesagt, einfach nur asozial, dass sich Leute, die den ganzen Tag nichts zu tun haben, das Recht rauszunehmen, zu uns zu sagen, hey, ihr seid gar nicht ausgewandert, ihr lebt nur für zwei Wochen hier. Leute, wir haben drei Monate bis auf diesen Umzug. Ja, gut, kann ich, muss ich ehrlich sagen. Müssen die auch die anderen Leute verstehen. In der Vergangenheit ist viel Scheiße gelaufen, dass halt Leute, ja, nicht beleidigen oder so Leute, also wer beleidigt oder so eine Scheiße wird gebannt, ne? Ich sag mal so, die haben auch, äh, da wurde auch viel Scheiße gemacht, sag ich mal, in der Vergangenheit. Ist doch logisch, dass Leute das hinterfragen, aber das rechtfertigt natürlich nicht, die Adresse zu leaken, hundertprozentig nicht. ...Zug hingearbeitet. Wir haben, ich, beziehungsweise du nicht, aber ich hab geheult. Uns ging schlecht. Wir waren die ganze Zeit so überfordert, vor allem mit einem Hund noch die ganzen Versicherungen zu machen, abzumelden. Und dann kommt irgendein Volldepp, sorry, kann ich nicht anders sagen, der 30 Abonnenten auf YouTube hat, denkt, geil, neues Video, ich expose jemanden. Einfach komplett ins Lächerliche ziehen. So, wenn mein Vater hat diese Videos gesehen und hat gesagt, er schämt sich für diese Gesellschaft in Grund und Boden. Er schämt sich. Weil er weiß, wie es uns ging. Wie oft wir bei ihm am Tisch saßen und nicht weiter wussten, weil wir so oft gestruggelt haben wegen dem Auswandern. Und ihr Depps, also wirklich, ich kann es nicht anders sagen. Die kleinen Kinder. Ja, es ist mir auch egal, ob ich jetzt unsympathisch bin. Ihr Vollidioten, nicht alle natürlich, so die Leute, die unsere Adresse geleakt haben, so, die haben nichts Besseres zu tun, uns das Leben schwer zu machen. Okay, Simi ist nicht der Beliebteste. Okay, ich bin auch nicht die Beliebteste. Okay, vielleicht gefällt euch unser Content nicht. Vielleicht feiert ihr Fortnite nicht, so, was wir vorher gemacht haben. Aber das ist kein Grund, uns wegen jedem Müll anzugehen, zu haten, aus Prinzip zu... Ja, also ich sag, ich fühle das 100 pro, ja, dass das total scheiße, dass Leute Adresse leaken, dass da, äh, Dingswurms, dies, das, ananas, kann ich zu 10 Prozent, äh, äh, kann ich verstehen, zu 100 Prozent. Das Ding ist aber nur, das ist Internet, Bro. Ich sag euch ehrlich, ich wundere mich, äh, ja, das ist auch ehrenlos. Aber, Bro, das ist, äh, das ist Internet. Die Leute haben auch, äh, 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 die, die, die leaken ja von jedem die Adresse. Und dann kriegen die eine Anzeige, dann wird da ein Anwalt eingeschaltet. Leute, ihr glaubt nicht, glaubt mir, in zwei, drei Monaten kann ich dazu, zu ein paar Verfahren, die grad laufen, wo dachten, ich, ich will immer nicht alles so, ich will nicht immer drüber reden, Leute. Ich will auch nicht immer im Stream drüber heulen, dass irgendwelche Leute mich ab****n wollen, dies, das, ananas. Weil das Ding ist immer, ich lass mich gar nicht ab****n von den Leuten. Und ich sag euch, mich haben auch schon zwei, drei Leute probiert, mich wirklich abzuf****n. Ja, das Ding ist, Bro, ich hab einfach, muss ich auch einfach mal sagen, ich hab einfach da den Größeren. Bro, dann sch*** ich zurück ab. Und wenn ich, ich sag euch ehrlich, Leute, wenn ich zurück ab****n, dann ist für mich, spielt für mich Geld keine Rolle. Und wartet ab in zwei, drei Monaten, ich werd so ne krasse Story euch erzählen, wie ein Typ dachte, im Internet, er ist anonym. Wie wirklich ein Typ, das Internet dachte, er kann mich ab****n. Aber so ist, so, also ich muss sagen, ist natürlich ne scheiß Aktion, gar keine Frage, aber so ist das Internet. So ist das Internet. Man muss wirklich gegen so ne Leute einfach vorgehen, ja, und einfach zurück, zurück, einfach zurück, Bro. Die Leute, guck mal, die Leute, die dich a**en, geben 100 Prozent, musst du 110 geben. Zu disliken, Junge, die Dislikes, die jucken mich nicht. Die Kommentare, die ihr schreibt, die jucken mich nicht. Ich sitz da, lache über euch, dass ihr euch die Mühe macht, diese zwei Minuten aus eurem Leben verschwendet, um einfach ein asozialer Mensch zu sein. Ich lache darüber, wir genießen unser Leben. Nein, also Manuel, auch wenn man jemanden hatet wegen irgendwelchen Internet-Content, hat man keine Adresse zu leaken, also das macht man nicht, Digga. Also sorry, aber das macht man Realtalk nicht. Ich kann verstehen, dass die Leute das hinterfragen, ob er wirklich nach Barcelona ausgewandert ist, das kann ich verstehen. Aber eine Adresse zu leaken, Bro, das geht gar nicht, Alter, sorry, Alter, egal wer, das geht gar nicht. Eben, so. Aber was absolut nicht geht, ist unser Leben gefährden. Ich kriege Drohnachrichten, dass mir Leute meine Adresse, die genau schreiben und sagen, ja, ich komme nach Barcelona, ich steche euch ab und sowas. Leute, es geht zu weit, egal ob es ernst gemeint ist oder nicht, diese Sachen gehen absolut zu weit. Und die Krönung kommt jetzt noch. Und jetzt kommt halt der Punkt, den Elli meinte, wegen euch musste unser zweiter Hund, den wir uns geholt haben, eist sie raus aus dem Haus. Weil wir haben mit dem Vermieter, auch wenn da bei dem Airbnb-Eintrag stand, dass keine Haustiere erlaubt sind, wo voll viele das als Kriterium gesagt haben, dass sie deswegen unsere Adresse lieben, weil wir ja einen Hund dabei haben. Seid ihr irgendwie komplett auf den Kopf gefallen, geht es euch nicht mehr geistig gut. So, wir haben das mit dem Vermieter abgeklärt, dass wir einen Hund haben dürfen. Auch wenn es ein Designerhaus ist, weil wir eine Versicherung für Taro haben, wenn er Schäden anrichtet. Und dann haben wir uns quasi auch noch IC geholt. So viele von euch haben dem Vermieter gesagt, ja, einfach angerufen, wie kann man die Nummer raussuchen. Kommt Vermieter nicht mal von der Vermittlung, einfach den Vermieter höchstpersönlich. Die Leute sind hobbylos, ich schwör auf alles, die Leute sind hobbylos. Anrufen. Keine Lästigen. Ja, Belästigen und sagen, ja, die, die machen YouTube und die zeigen das ganze Haus und die haben sich noch, und die haben zwei Hunde und dies und das. Und da ist einfach der Punkt gekommen, wo er so viele Anrufe, wo sie so viele Anrufe bekommen hat und uns tatsächlich angerufen hat und hat gesagt, morgen ist der zweite Hund weg. Leute, wir müssen wegen euch IC weggeben. Quasi hätten nicht so viele angerufen und hätten sie nicht genervt, hätten wir IC behalten dürfen. Aber dadurch, dass quasi so viele sie genervt haben, dachte sie sich, nee, ein Hund reicht schon. So, den zweiten Hund will ich nicht. Und so mäßig sowas posten die das überhaupt im Internet, dass sie sich einen zweiten Hund holen. So, keine Ahnung, dass Leute so, ich könnte jetzt wieder anfangen zu heulen. Nein, deswegen wohne ich in einer zweiten Wohnung, bis wir halt ein Zuhause für IC gefunden haben, weil der Hund raus muss. Oha. Und ich wohne jetzt dank euch in einer zweiten Wohnung. Wir müssen im Monat wieder Geld ausgeben dafür. Es geht nicht mal um dieses Geld. Ja, aber trotzdem, einfach ums Prinzip, dass ich wegen euch ausziehen muss und nur, damit IC nicht in dem Haus ist. Belästigt irgendwelche Weiber und wild dich. Das ist aber auch bei Trimax so, bei seiner Reaction mit seinen irrelevanten Freunden, die daneben sitzen und versuchen, auf Krampf lustig zu sein. Fühlt euch bitte angesprochen, wenn ihr das Video anseht. Ja, eine Bitte habe ich. Konstruktive Kritik. Revi und KuchenTV sind so die einzigen, die korrekt sind. KuchenTV, bester Meinungsblogger, den ich je gesehen habe. Der zählt einfach die Fakten auf und sagt, was Sache ist und versucht nicht auf Krampf lustig zu sein. Und Revi schreibt mir einfach privat und versucht es zu klären und ist einfach korrekt und versucht zu verstehen, wieso ich so handel. Und macht dann auch korrekte Reactions, weil er ganz genau weiß, wie viel Aufmerksamkeit er durch mich bekommt. Und ich lasse die Videos nicht claimen, dass ich zum Beispiel sage, ey ne, ich will die Einnahmen dafür bekommen, weil es ja mein Content ist. Oder ich lasse sie nicht striken. Mir ist es komplett egal, ich gönne jedem seinen Hack. Aber wenn dann so ein Trimax kommt, der sogar... Gewitter im Kopf. Ich muss kurz Fenster zumachen, bei Gewitter im Kopf wäre der Stream schon wieder offline. Also das Ding ist, man kann ja wie gesagt, man muss das immer sehr konstruktiv sehen. Es ist natürlich immer einfach gegen eine Person, die nicht so beliebt ist, was Negatives zu sagen, weil das auch gut bei der Community ankommt. Weißt du? Guck mal, das Ding ist halt, es ist halt immer eine einfache Geschichte. Wenn ich jetzt was Schlechtes über Z-Mex sage, weiß ich, dass das gut bei der Community ankommt, weil Z-Mex halt nicht sehr beliebt ist. Das ist ja auch gar keine Frage. Also ich finde auch, man kann sein Content kritisieren zu 100%. Ja, das mache ich ja auch zum Teil. Aber ich gucke mir keine Videos mehr von ihm an. Das sei jetzt mal, das habe ich jetzt nur geguckt, weil ihr unbedingt meint, ihr sollt mir das mal angucken. Ich gucke mir einfach keine Videos mehr von ihm an, weil ich die nicht feiere. Und dann ist das so. Und man kann den Content hinterfragen. Man kann den Content natürlich hinterfragen, man kann ihn auch kritisieren, gar keine Frage. Aber man muss natürlich immer aufpassen. Man muss sich übertreiben, so weißt du? Man muss, ich weiß ja, ich habe keine Ahnung, was die Leute auf die Reactions gemacht haben. Weiß ich nicht. Im Video die Adresse liegt im Twitch-Stream vor 20.000 oder 30.000 Leuten. Das ist nicht okay. Das ist gar nicht okay. Versucht komplett brand safe zu sein. Wie, was? Die haben, hä? Die haben seine Adresse im Twitch-Stream gezeigt? Nein, aber macht dann wiederum, weißt du? Tretet dann auf Leute drauf, die komplett auf dem Boden sind und macht das mit der Adresse. Ja gut, das muss echt nicht sein, Digga. Also das muss, das muss Real Talk nicht sein. Also das hat er echt. Oh mein Gott, Digga. Ja okay, das ist scheiße, Digga. Das sage ich ehrlich. Also ich glaube, da hat er auch nicht drüber nachgedacht. Wie gesagt, ich finde das nicht schlimm, dass man es hinterfragt, ob die wirklich ausgewandert sind. Das finde ich legitim. Aber On-Stream dann irgendwie zu zeigen, wo er wohnt und so. Boah, das ist so. Das ist Cybermobbing. Das ist Cybermobbing. 900.000 Menschen haben dieses Video gesehen, wo man unser Haus drin sieht. In welchem Ort das in Barcelona liegt. Ich will nicht wissen, wie es... Leute, jetzt. Es fliegt niemand so. Aber was ist im Sommer? Neue Sehenswürdigkeit. Wir haben das Haus für einen langen Zeitraum gemietet. Wir sind nicht nur zwei Wochen da drin. Wir haben so viel, über 20.000 Euro. Nein, ich muss das jetzt einfach sagen, auch wenn man nicht über Geld spricht. Wir haben über 20.000 Euro, beziehungsweise eher für die Leute, die mich immer mobben, dass ich nur wegen Geld da bin und eh nichts zahle. So, aber so über 20.000 Euro wurde ausgegeben, damit wir dort in dem Haus über ein halbes Jahr oder länger wohnen können. So, und im Sommer, Juni, Juli, August, wir werden so die Hölle heiß bekommen. Aber ich sag euch ganz ehrlich, bis dahin werden wir wieder durch diese Videos so viel verdienen. Bis... Oh, das ist... Das kann ich mir leider nicht mal weiter reinziehen jetzt. Das wird mir zu cringe, Digga. Also, das ist... Oh, nee. Bitte nicht. Warum macht er das immer? Bitte nicht, bitte nicht. Wenn es überhaupt dazu kommt, sag ich euch ganz offen und ehrlich, ich... 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 Ich tu dieses Geld sowas von einfach denen schenken. Ich sag, ey, wir haben es doch für ein halbes Jahr gemietet, sind ja erst zwei, drei Monate und dann holen wir uns... Dann holen wir uns etwas anderes, was nicht bei Airbnb überhaupt drin ist, weil das war irgendwo auch unser Fehler, dass wir nicht nachgeschaut haben, ob man das irgendwo finden kann. Trotzdem muss man nicht die Dreistigkeit besitzen. Ja, das geht gar nicht. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Aber... Ich hör so ein Cringe, der ja so über Geld redet. Und schau mal, das Ding ist, bevor es überhaupt so weit kommt, bevor wir überhaupt diesen Stress haben, wir werden da ausziehen. Ja, wir... Wir werden auch... Nee, also das ist... Das ist krass, Bro. Das ist also... Boah, heftig. Also kann ich mir vorstellen, dass es denen damit wirklich nicht gut geht mit den... Mit den Sachen. Also das ist zu krank, sag ich ehrlich. Also krass, 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 krass. Das ist on-stream. Wie ist das passiert? Haben die da richtig die Adresse bei Airbnb gesucht oder was? Krass, krass, krass. Nie wieder eine Roomtogler. Ja. Ich hab das auf TikTok gesehen und ich muss sagen, ich bin ehrlicherweise auch drauf reingefallen. Ich dachte zuerst, die sind... Also ich hatte auch so irgendwie das Gefühl gehabt, wo ich das Video gesehen habe, dass die ausgewandert sind, dass die vielleicht gar nicht ausgewandert sind. Dachte ich mir zuerst so... Hä? Wie, der ist jetzt auf einmal ausgewandert? Während Corona und so geht das überhaupt? So weißt du? Und ich dachte zuerst so, die pranken so. Also weißt du, die machen so einen Prank, dass die gar nicht ausgewandert sind. Und da hab ich so ein Video bei TikTok gesehen, wo das gezeigt worden ist, dass die in einem Airbnb leben. Und da dachte ich mir dann auch so, hä? WTF und so? Aber das ist zu krass. So, das ist also... Nee, das ist zu krass. Das ist wirklich zu krass. Das ist... Also wie gesagt, ich kann mich wirklich... Ich finde, ja, 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 konstruktive Kritik immer angebracht. Eine Sache ist es, jemanden nicht zu mögen. Es ist auch eine andere Sache, das Video zu disliken. Auch noch eine andere Sache ist es, einen Kommentar zu schreiben, hey, ich feier dich nicht, du bist Trash. Okay. Das sind... Das ist einfach Kritik. Das ist einfach Meinungsfreiheit. Aber Morddrohungen... Morddrohungen. Ja. Das ist keine Meinungsfreiheit. Und meinungsfreiheit zu sagen, der Typ, der verdient es, dass seine Adresse geleakt wird. Wir haben zwei Wochen nichts gesagt. Ja, weil wir einfach drüber nachgedacht haben und einfach alles regeln wollten. Und es ging so schlecht. Ja, los. Warum kamen zwei Wochen nichts? Junge, wir haben drei Monate darauf hingearbeitet, dachten, unser Leben ist jetzt so wieder gut, weil wir beide dann im Tiefpunkt waren. Und ihr kommt dann, für ein paar Klicks kommen irgendwelche YouTuber... Und machen unser Leben so kaputt, so, keine Ahnung, das ist... Und versuchen quasi, wenn man schon ganz am Boden liegt, nochmal richtig drauf zu treten. Und da denke ich mir so, einfach nur, ey, findet ihr das jetzt mal an die YouTuber, die jetzt hier drauf auch reagieren? Ihr seid der Grund dafür, wieso unsere Adresse so publik wurde, wieso wir nachts schlecht einschlafen und Angst haben müssen, dass irgendwelche Psychopathen kommen und wirklich uns abstechen. Findet ihr das wirklich gut? Für paar hunderttausende Klicks, für paar tausend Euro auf unseren Nacken, die ihr gemacht habt. So, ein ganzes Video über 30 Minuten schneiden, cutten, alles machen. Aber eine kleine Nachricht an ihn oder an mich zu schreiben, hey, ist es so, wie alles gesagt wird? Hey, soll ich das? Klar, natürlich macht man nicht als YouTuber. Man reagiert drauf, man macht sein Content, man verdient sein Geld, okay. Aber bei so einem ernsten Thema, wo es wirklich um die Privatsphäre und die Sicherheit eines anderen Menschen geht, dann schreibt man der Person, wieso lügst du deine Fans an? Und dann hätte er schreiben können, hier, unser Mietvertrag, hier, das, hier, Bilder vom Umzugs... So, ich weiß, dass es nicht korrekt war, was ich gemacht habe. Ich weiß, dass ich provokante Aussagen bringe, um euch noch mehr zu triggern. Aber muss ich dann damit rechnen, dass meine Adresse geleakt wird? Dass man abgestochen wird irgendwann? Dass man Morddrohungen bekommt? Muss man damit rechnen? So, findet ihr das? Das ist nicht normal. Findet ihr das normal? Wollt ihr in der Situation sein? Ich denke nicht. So, ich habe dafür keine Worte. Und ich bin am überlegen, ob ich überhaupt nochmal in dieses Haus zurückgehe. Weil ich bin seit gestern... Ich bin sogar schon in einer anderen Wohnung. Ja, so Elli hat einfach komplett Angst. Ich bin so, ey, wenn er kommt, ich habe... Bro, guck mal, das Ding ist... Ja, ich sage euch ehrlich, wie gesagt, ich feiere den Content auch nicht. Zu 100% der Scheiße auf Leute werfen und so. Bro, das kann ich mir nicht geben. Und da sage ich auch, ey, Bro, das ist Müll, was der hochlädt. Ja, 100% kann ich euch so unterstreichen. Deswegen gucke ich mir die Videos auch nicht mehr an. Der Punkt, den ich nur sehe, ist das denn gerechtfertigt, weil jemand, sage ich mal, Sachen macht, die scheiße sind, die Adresse zu leaken oder Morddrohungen zu senden? Ich glaube nicht, oder? Also das ist halt, ja, Zemax ist halt anders als andere. Das fühle ich auch. Aber Bro, ich sage dir ganz ehrlich, das mit der Adresse und so, das ist so krass. Ja, also das ist irgendwie so... Ich weiß nicht. Das ist irgendwie, äh... Also keine Ahnung. Ja, wollte ich gerade sagen, guck mal, Leute, ihr, ihr Zuschauer, ihr könnt das gar nicht nachvollziehen, was Privatsphäre für YouTuber sind. Leute, ich habe in einer Wohnung gewohnt, da sind jeden Tag, jeden Tag, haben mindestens 15 Leute bei mir geklingelt und haben vor meiner Haustür gestanden und haben mich therapiert, Digga. Und wenn ich überlege, ich mache ja normalen Content so, ich mache ja... Gut, die wollten jetzt, das waren alles so Fans gewesen, aber die haben mich trotzdem therapiert so. Laufen geklingelt, Leute haben geklingelt bei mir, das, das, das. Ja, Riccardo, nur weil ich mein Haus zeige, oder das ist... Riccardo, was ist das für eine Aussage? Also sorry, Riccardo, da muss ich echt leider auch mal sagen, ey, sorry, Leute. Also was... Ey, manche Leute... Also, ihr müsst ja so verhasst auf Zimax sein, das ist ja echt geisteskrank, ne? Das, also... Ich kann mir vorstellen, dass euch Zimax triggert, zu 100%, gar keine Frage. Aber Bro, wenn ich draußen meinen Garten zeige, meint ihr denn, dass ich will, dass ihr in meiner Adresse liegt oder dass ihr vor meiner Tür steht? Hä? Also wie gesagt, ihr braucht... Da will ich auch gar nicht euch reinreden, aber ey, manche Leute sind hier wirklich maximal lost im Chat. Also manche sind echt geistig nicht so... Weiß ich nicht. Die sind gerade irgendwie ein bisschen... Also manche denken hier gerade ein bisschen... Denkt mal ein bisschen weiter. Ich weiß, ihr fühlt das nicht. Ihr seid keine... Ihr seid irgendwie nicht Leute, die im Internet... Ich finde das immer sehr interessant, wie die Leute bei einer Person, die... Das merkt man auch sehr gut bei Gewitter im Kopf. Ich hab, wie gesagt, ich bin da auch so ein bisschen... Man merkt das einfach... Ich wollte mich eigentlich zu dem Thema jetzt auch nicht mehr äußern. Ihr habt es ja mitbekommen. Gewitter im Kopf, die haben da so ein bisschen Mist gebaut. Bumm. Alle Leute drauf. Alle Leute drauf. Wie Hyänen. Wie Hyänen. Jeder zerreißt sich das Maul. Gar keine Frage. Die haben Scheiße gebaut. Aber irgendwann ist da auch mal Schluss. Ja, wie gesagt, in zwei, drei Monaten werde ich euch mal zum Thema Privatsphäre noch mehr erzählen. Aber Bro, also sorry. Also sorry. Nur weil er jetzt seinen Film oder sein Haus zeigt von außen, rechtfertigt das nicht, die Adresse zu liegen. Ja, das ist so, Serbe. So Drama und so. Das wollen die Leute... Das ist halt echt... Das nervt mich auch so ein bisschen. Sobald jemand am Boden liegt... Das feiere ich halt auch so ein bisschen. Die Leute, die wollen jemanden sehen, dass der im Dreck liegt. Und wollen dann noch mal rauftreten. Und ich sag dir, auch wenn ich Zimek, sein Content nicht feiere, wäre ich er, ich würde trotzdem weitermachen. Einfach um die Leute, die zu Hause sitzen. Das gibt ja wirklich so Leute, die sitzen zu Hause, gucken sich die Videos an und sind einfach voller Hass. Und die wünschen, dass der, keine Ahnung, am besten jetzt mal schlimm gesehen in Barcelona auf der Straße lebt. Das wünschen die Leute jemanden. Überleg mal, wie krank das ist. Weil man im Internet, gut, das mit den Scheiße werfen, brauchen wir nicht sagen. Das war komplett Scheiße gewesen. Ja, aber das rechtfertigt ja nicht, jemanden auf der Straße zu sehen. Und ich hoffe einfach, er macht weiter Videos, triggert die Leute weiterhin, weil die Leute, die jeden Tag seine Videos gucken und disliken und Hass schieben, wenn er umso mehr Videos der macht, umso mehr hassen die ihn, weißt du? Und die sind dann selbst so getriggert und so unzufrieden mit ihrem Leben. Ey, ich hoffe einfach, er macht weiter, wirklich. Das brauchen die Leute. Ja, das ist halt so. Das ist halt so. Wie gesagt, und ich sage auch jedem, der Content nicht feiert, der meinen Content nicht feiert, der den Content von, weiß ich nicht, wem feiert, Bro, auf YouTube werden jeden Tag hunderttausende Videos hochgeladen. Dann guck doch andere Videos. Save. Dann guck doch andere Videos. Genug Sachen zu Hause, um mich zu wehren, wenn jemand kommt, so, weißt du? Allein, dass wir uns überlegen, uns eine Waffe zu holen, so. Okay, jetzt wird's wild. Das ist, Leute, das sollte nicht sein. Ja. Und das ist keine Nachricht an die Leute, die uns schreiben, wir stechen euch ab und dies und das, das können wir eh zum Teil nicht ernst nehmen. Natürlich haben wir Angst so, klar, weil es gibt... Digga, ich sag euch ehrlich, ich würde da einen Anwalt einstellen, Bro, und der Anwalt für jede Insta-Nachricht haut direkt eine Nachricht raus, haut direkt eine Anzeige raus, glaubt mir, Digga. Ich sag euch ehrlich, so eine Morddrohungin über Instagram, das verfolgt die Polizei auch. Da hast du ganz schnell mal eine Hausdurchsuchung. Grazbatz. Sehr, sehr schnell. Sehr, sehr schnell. Das muss man dann auch Profs an die Polizei mal aussprechen. Da geht's ratzbatz. Es gibt so crazy Menschen, aber das sind nicht die Menschen, die einem schreiben. So, wir wissen, die Leute, die uns schreiben, das sind so 13-jährige Lisas und Toms, so weißt du, die einfach uns abholen. Diese Nachricht geht an die YouTuber, die das Ganze erst publik gemacht haben, weil ein, keine Ahnung, ein Typ, der nur 20 Abonnenten hat und unsere Adresse rausgefunden hat, wie auch immer, und es in seine Instagram-Story packt, so, das juckt niemanden. Aber ein Trimax, der so viele Abonnenten hat, der so eine große Reichweite hat, der, weißt du, Mobber der Nation, egal ob du irgendwas Negatives gesagt hast, einfach dieser Fakt, dass du unsere Privatsphäre gebrochen hast. Und das geht an alle anderen YouTuber. Als YouTuber musst du aufpassen, was du sagst, so. Das wissen wir auch, aber wenn wir ein Stück Kacke werfen und das lustig finden, dann ist es nicht mal Aber warte, warte, dazu wollte ich noch sagen, ich hab nicht mal versucht, den Fahrradfahrer zu treffen, Du hast auf den Bus geworfen. Ich hab auf den Bus geworfen und daneben war ein Fahrradfahrer, den ich nicht getroffen hab. Hätte ich den Fahrradfahrer getroffen, der wär höchstpersönlich umgedreht und hätt mir ne Faust gezogen und ich bin jetzt nicht irgendwie unfähig, dass ich nen Fahrradfahrer treff, so, wieso sollte ich auf nen Menschen werfen? Natürlich ist es nicht korrekt, auf nen Bus zu werfen, so, und natürlich haben wir da ein bisschen was getrunken und hatten nen Pegel, aber ich will gar nicht wissen, wie viele von euch privat irgendwelche reudigen Sachen gemacht haben. Ja. Check Zimex ab, durch mit dem Video. Krass, was da passiert ist, muss man ganz ehrlich sagen, ich hab ja lange nicht reingeguckt, aber sehr, sehr krass. Ich hab mich schon gewundert, warum zwei Wochen lang nichts gekommen ist. Krass, krass, krass. Ja, das ist, Internet ist, Bro, Internet ist wie wilder Westen teilweise, sag ich euch ehrlich, Alter. Im Internet ist, ich wundere mich, ich sag euch ehrlich, ich wundere mich einfach über gar nichts mehr. Ja, klar, das ist jetzt so erschreckend zu sehen irgendwie, was da passiert ist und ich glaube, ich kann so ein bisschen mit am besten nachvollziehen, wie man sich da fühlt. Das ist scheiße, gar keine Frage. Sehr krass, sehr, sehr krass, ne, gönne ich gar keinen. Also, ich hoffe, dass die da irgendwie, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, wer die Videos nicht feiert, soll die einfach nicht gucken, so, weißt du? Ja, schade, ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß auch gar nicht,